Nachdem ihr meine ausführlichen Story beim Urologen lauschen durftet, haben wir uns ein bisschen abgelenkt mit Memes. Kurze Info, wir haben den Discord ein bisschen aufgepeppt, das ist ein Ort, da könnt ihr euch treffen, austauschen, da werden auch ab und zu mal Specials angekündigt oder Giveaways geplant. Kommt rein in den Discord, liebe Freunde, und hier ist nochmal ein Wochenplan, wann ich live auf Twitch bin. Viel Spaß mit dem Video. 13, 12, 16 hat ein neues Video hochgeladen, finally, Alter, nach 100 Jahren, totally random, 13, 12, 16, mein Lieblings-Channel, liebe Freunde, let's go. Wie dumm ist diese Katze. Oh, das geht schief. Ah, 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 oh, ah, boah, ich hab diesen Schmerz richtig gespürt, Alter, aua. Gringo, sauer. Gönnt euch das nochmal ohne mich. Ey, so ein F***er, Alter, so ein... Ja, fall rein, fall rein, fall rein, weg mit dir, verewige dich. Guck mal, die wollen eine Straße bauen, okay, sieht nicht wirklich aus, wenn die eine Straße bauen, I don't know, keine Ahnung, was die da wirklich machen. Und der fährt da einfach durch, Alter. Hi, is your dog friendly? Yeah, my dog is friendly. Hi. I thought you said your dog was friendly. It is, that's not my dog. I thought your dog was friendly. It is, but it's not my dog. Ich weiß nicht, ob ich kotzen muss. Das war literally das Ekelhafteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber ich weiß auch nicht warum. Kendama! Oh, boah, Bruder. Ich weiß, wie weh das tut. Alter Schwede, ist mir noch nie passiert. Aber, boah, ich kann mir das vor, ich kann das berechnen, weil ich schon so andere Sachen mit dem Kendama erlebt habe. Ist ja auch eigentlich an sich ein Lochkugel. If you're brave enough. Ne, das habe ich nie gesagt, liebe Freunde, bitte. Einfach ignorieren, dass ich es gesagt habe. Das Ding hat Schwung, Mann. Das Ding ist so eine fette Kugel, Alter. Die kann auch Glas zerschlagen, ja. Damit bauen Menschen Häuser teilweise, ja. So robust ist das Ding, Alter. Boah, Alter. Das fühle ich richtig. Das fühle ich richtig. Hey, Digga, Bären. Gibt es irgendein normales Bären-Video im Internet? Alle Bären sind irgendwie crazy. Das ist alles, die Chance. Stell dir mal vor, bist gerade am Essen, dann filmst du irgendeinen Typ und dann passiert das. Boah, ich würde morden für diese Insta-Story. Ah, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Wisst ihr, wie das geht? Ich weiß, wie das geht. Also, ich kann mir das so vorstellen, weil es gibt dasselbe im Kartentrick nochmal, dass die Karte, jede zweite... Warum macht der nicht so? Oder hat er eine Karte hier? Ja, ich dachte, es ist ein Hund und dann dachte ich, außer dran gepackt ist die Schnauze von einem Hund, nimmt es hoch, es ist ein Rabe einfach. Hier ist es ein Hund, der liegt einfach so da, da ist noch so eine Decke drunter. Er nimmt es und es ist, zack, ein Rabe. Ich kann nur noch nicht... Fuck, the fuck. Es ist ein Huhn geworden einfach. Wie der guckt. Alter, es ist das, was er nicht gewartet hat. Boah, das ist nicht das, was er erwartet hat. Er dachte sich erst mal, wo ist mein Hund? Und, auf einmal ist es ein Huhn. Und, komm, legt es auf einmal ein Ei. Fucking Alexander Straub kann einpacken, Alter. Der Typ ist der Shit hier. Let's go, let's go, let's go. Oh, die Tür bricht. Oh, beides. Oh, shit, Alter. Jedes Mal, wenn ich mit Gummis arbeite, frage ich immer den Jazz so, Alter, kann das nicht so reißen, voll in mein Gesicht flitschen? Der so, nee, nee. Trust me. Das Video ist sehr gut. Also, ich muss einmal sagen, das Video ist sehr, sehr gut. Rettensold 16, ey. Ah, Bruder. Du enttäuschst uns nicht. Oder Schwester. I don't know. Gibt es ein normales Video mit einem Bär, wo man einfach nur einen Bär sieht, der nicht irgendwas Weirdes macht? Nein. Jedes Bär-Video ist What the Fuck. Come on, breathe. Die Katze ist da hochgeklettert, ja, weil der irgendwas in den Kopf geschossen ist und dann hat die Schiss da, kommt er nicht mal runter, kommt auch nicht höher, pisst dann vor Angst, die Arme hat Angst vor dem Hund, ach so, das ist wegen dem Hund, den hab ich gar nicht gesehen. Die Katze ist nicht packend. Es war nicht die Katze. Es war nicht die Katze. Es war nicht die Katze, als ich... Boah, so ein Yin-Yang-Zeichen. Alter, holy shit, Alter. Daraus müsste man eigentlich so ein Wirbel machen. Dann kommt so Galaxy-Music. Do you have something? Do you have something to say? Dieses Video ist so weird dieses Mal, das ist so weird. Boah, ich wünsche mir, das Video würde nicht enden. Niemals ist das real, niemals ist das real, das ist zu perfekt, Alter, das war... Ich glaub das einfach nicht. Also, Dilemma, Familiendilemma, ja, die wollen einfach nur raus, bisschen Party, ne, bisschen so... Der junge Sohn hat den Vater endlich mal dazu überredet, komm, feier mal Halloween hier, mach mal hier Kostümen, dies, das und sowas. Wir machen ein bisschen Action hier, ein paar Bräute. Und nicht immer nur mit Mama hier, ne, so. Die Mutter komplett am Ragen hier einfach. Der Sohn stabil auf jeden Fall, gut trainiert. Er verteidigt seinen Dad einfach. Und dann das Kostüm beim Vater, wie er da steht, wirklich, weißt du, es hat ihm eh, es hat ihn eh schon so viel Überwindung gekostet, sich da hinzustellen und das seiner Frau zu zeigen, weil er sich schämt, aber er findet es insgeheim selber eigentlich cool. Und das ist das Problem, so, er findet es, er fühlt es voll, das Kostüm, und hat er eh schon so Bammel, es vorzustellen, und dann wird er noch so hart angeeckt von der Frau, und dann... Und dann das, das, ich glaub's nicht, Alter. Oh, stehen wir da wieder? Credits müssen wir immer gucken jetzt. Beaconics ist auch am Status, auch geschwindet. So, okay, trotzdem müssen wir kündigen. Bis zum nächsten Mal.